hallo gott ich muss auf meine ahre achten heite teite ich sitze hier gerade im bademantel und ähnlichen deswegen nicht wundern dass ich keine face gemacht habe es ist immer schwierig zu entscheiden was der richtige zeitpunkt für eine es was once folge ist aber ich glaube wir haben gerade einen guten zeitpunkt ich habe mit marvo lisa zwei drei instanzen gemacht und alle waren oder ausfall die letzte ich gemacht habe andere 4 wir sind jetzt auch gerade wieder eine andere 4 drin wir hatten den tank der absoluten nicht wusste was er getan hat und wir hatten magier das ist sogar der run den ich hier drin habe da overall data die overall hat der magier 6k dps gefahren der tank 15k der magie 19k hat allein 13k mehr gemacht und ja healing dann kann ich auch nochmal auf overall gehen und die leute sind nicht gestorben so mit 13k hps overall sind die leute nicht gestorben die leute sind an sachen gestorben wie zweiter boss tantrum haben wir den trash vorher nicht gemacht und tantrum spielen hatten 300 ads die der tank nicht getankt hat heißt die leute sind aber verreckt weil innocent tot dritter boss die leute wusste nicht wie das mit den schwirms geht aber wir hatten 25 sechs von den schwirms drauf 25 alles über vier ist anstrengend zu heilen so ab acht oder so ist es bei mir halt einfach vorbei spätestens aller spätestens das kriege ich nicht mehr gegen geheilt werden 25 die kann die route nicht die wusste nicht was gekickt wurde dann wurde andauernd von den leuten verlangt dass ich die dispeln soll wenn die läscher den den sleep drauf gegeben haben das ist ein disease hier oben links meine fähigkeit brent die tagierung magic curse and poison ich kann keine diseases entfernen das habe ich aber leider nicht aufgenommen so jetzt bin ich gerade ein bisschen hustle muss eigentlich einkaufen habe eigentlich wenig zeit dachte mir aber weil ich gerade eh noch am trocknen bin nehmen wir mal eine runde es ross und noch auf beziehungsweise machen wir noch eine im plus und dann dachte ich mir können wir das doch gleich als atheros worst ones machen wird sich übrigens auch verdammt häufig über meinen elitism help hat unbeschwert weil es die ganze herumflame dass die leute scheiße spielen wo die leute dann meinten ich soll das ausschalten wo ich aber gesagt habe ja fällt weniger postet das auch nichts wo sie eingedroht haben zu lieben wo ich auch noch meinte das ist mein achter zwingt den ich jetzt durch ein plus die kippe es ist mir relativ lachs genauso wie so ein addon wobei ich das tatsächlich oft umstelle ich habe ich mein richtiges equipment an bin ich richtig geskillt er hatte es glaube ich vor hier das deswegen hatte ich übrigens der letzte instanz so geringen hps ihr seht es ich muss halt nichts machen so wirklich absolut gar nichts außer jemand steht halt in scheiße drin dann sieht das auch wieder anders aus aber ab allgemein gibt es halt nichts zu tun kann most of the time was ein bisschen lames das steht mich nicht falsch ach das ist der tank ich dachte der andere dh wäre mit tank aber wir wollen andere seite aufmauten für die drei meter wird es als tank einfach rein und das wird nicht der letzte gewesen sein weil gerade der krief in die gruppe reingehen aber sieht alles gerade gut aus merkwürdigerweise weiß nicht wo der krim finde ich könnte auch so was nicht zu singen machen damit die im mobs zu lange damage machen aber ich heile ja sowieso nicht meine dh hat gerade mehr geheilt als ich es gibt hier einfach für mich nichts zu tun außer wenn dann solche spikes reinkommen dass ich da nicht mehr gegen anheilen kann die ist doch dort So, mal gucken, ob jetzt gekriegt wird. So, davon weg. Da gehen alle irgendwie ran. So, davon weg. So, davon weg, wo alle dran stehen. Irgendwie macht es halt auch kein Damage. Keine Ahnung. Jetzt macht hier halt nichts Schaden. Ich meine, ich habe bei dem Boss gerade 500 oder fast 600k geheilt. 600k sind von zwei normalen Leuten 100% oder vom Tank halt das volle Leben. Weil 600k sind nicht mal 200% von einem Spieler hier. Es gibt nichts zu tun. So, die Gruppe muss dann ja wissen, ob man die mitnimmt. Beim Explodieren macht halt Schaden. So, kann man einfach hier langlaufen und pullt weder das noch das. Das sind die ersten, die man machen muss und die. Aber wiederum sind die so ISPs, wenn man kein Bursting hat. Oder Voltrain, wenn die Leute scheiße spielen. Das sind die eigentlichen Probleme, wo man mitnimmt. Besonders bei einer Figur. Wo man Raging hat. Ah, was der für ein Item der Welt hat. Die 48 könnte sein. Der Porn ist doch nicht ganz zuverlässig. So, das Decay. Das muss gekickt werden. Das kann ich nicht dispacken. Auch wenn viele Leute da anderer Meinung sind. Und immer nach einem Dispel verlangen. Deswegen. Den Kicken. Die Mardis dann. Und den Shadow Swarmer fokussieren. Nicht davon weglaufen. Gibt's halt keinen Grund davor wegzulaufen. Gibt's halt keinen Grund davor wegzulaufen. Das war's erstmal, als ich heilen musste. So, Kicken. Wurde nicht gekickt. Kann ich nicht dispacken. Der kann sich aber eine Hand auf Bielen geben. Woher will er denn hin? Okay. Er macht's andersrum anscheinend. Ist auch in Ordnung. Ja. 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 Ich hab's hier nach vorne wegzulaufen. Ja. Aber da. Ehh. Ehh. Monzeo. Halt ichi die kaste gedrückt. Die wollte ich in die Schrift erheben. So, jetzt ist aber wieder eine Gruppe, wo nichts passiert Wo alle wissen, was zu tun ist, so ungefähr Außer das Laufen Du wollt mich doch verarschen, Alter Jedes Mal, wenn ich nicht aufnehme Ist komplett Kacke am Kacken Und immer wenn ich dann nicht aufnehme Jedes Mal, wenn ich dann nicht aufnehme Und wenn ich dann nicht aufnehme Und jedes Mal, wenn ich dann aufnehme Dann war eine Gruppe, die komplett weiß, was zu tun ist Welche Mobs gefokust werden müssen Und ähnliche Scheiße Ist doch zum Kotzen Will euch doch hier nur Entertainment Bieter Er fokussiert mich sogar, den Heiler Und ich heile mich dagegen So lächerlich ist das So, der ist sogar Enrage gegangen Keine Ahnung Ich habe gerade nichts geheilt 214k, das ist nichts Ich werde den Boss einfach machen Er wird ihn anscheinend sogar hinten spielen Er weiß sogar, wo er den Boss hin platzieren sollte Mein, come on Wir sind hier nicht, um das irgendwie mitzubekommen Wir sind hier vor der Entertainment Die Leute machen sogar die Maden Was soll das denn Also die platzieren sich halt scheiße Weil das nicht die Schuld des Tanks ist Sondern die von den Leuten klar haben Wo sie hinlaufen sollten Äh, falsche Taste Er ist zu spät Hätte übrigens den Schwenk vorziehen sollen Das war auf jeden Fall merkwürdig Das war auf jeden Fall merkwürdig Das sieht gleich auch alles gut aus Boss wegfokussieren GG Ich habe 2,5 Millen geheilt Und ich glaube fast alles davon war Trank Fast, ja nicht alles Ziel auf E&R und Trank Waren allein 1 Millen von den 2,5 Ich habe nicht gespielt Ich bin doch nicht gleich wieder Oh, ich habe eine Millisekunde zu spüren Das können Demon Hunter übrigens runternehmen Den Bone Shield Die haben ja Die Demon Hunter sind ja immer Blutelfen Auch vor der Seite Die Ray Shield ist, äh Mass Dispel Und Demon Hunter kann Single Target Dispel auch noch machen Ey, das ist doch kacke Dass hier nichts schief läuft Und jetzt sagen vielleicht manche Hier heißt es auch nur 4er Ey, wenn ihr wüsstet Wenn ihr wüsstet So, auf was gehe ich denn? Gibt hier halt Warum wird mir das Tank Trinket angezeigt? Mit Stärke Ja, voll cool Wenn ihr Das kicken würdet Und die Deathbots kicken würdet Aber alle haben Kicken auf den Bulldown Ist natürlich dann nicht so geil Ich habe das Totem aus dem Augenwinkel gesehen Und dachte mir Okay, den hier kriege ich noch durch Wir haben auch kein Doch, wir haben den Parler Der retten kann Ah, okay Es gibt auch mit Agility Die würde ich trotzdem mitspielen Einfach für die Schwimmung schon Allein Und wir brauchen E-Bot Ja Ich meine, die sind halt nicht schwer Aber man muss eine Sache Kicken und fertig Keine Ahnung Was für ein Problem damit ist Aber Wenn er meint Unordnungs Spiel was mit alles Wäre schön, wenn ich Schockwäck in die Pilze reinlenken würde Digga Ich Ich kann keine 20 Stacks davon weghalten Beware 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 was macht er denn es wird kein zweites festering kommt gott sei dank aber sonst wären wir jetzt tot das war halt einfach dumm gespielt das war gerade richtig richtig dumm gespielt das finde ich auch so krass der trash ist halt wirklich johannes weg jetzt da muss man nichts tun während die bosse durch den einen tyrannisch affix so viel schwieriger sind selbst raging macht halt nichts wir müssen noch so viel killen sonst wären 17 prozent die bringen 2,38 heißt die restlichen bringen so ungefähr fünf ja 17 prozent 15 prozent ja jetzt pullt halt jeder irgendwas woher warum sind leute so dumm warum sind leute so dumm ich meine tank stand ja bei mir bin ich zumindest der meinung oder war das keep out ich ne das war ja ein lila name so jetzt aber 91 prozent der bringe aber 2,3 warum ich nicht frei lasse man erscheint da hinten kann zwar die abkürzung an der aber trotzdem so selbst mit beiden würmern die wir gerade gemacht haben plus ihn kommen auf 93,65 also immer noch 6,4 prozent die fehlen 6,3 du kannst halt ihn noch nehmen du kannst die zwei würmer du hast den wurm du hast in der mitte die ganz nach vorne gehen wir hätten da anfangen die zwei spielen können ja keiner kickt ist obwohl drei leute kicken weil die haben ich weiß nicht nur einer von fehlt hab ich eigentlich einen kick kann ich als schildkröte mit fail kicken alter was tust du denn beware 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 das erste mal dass ich wirklich hart heilung trücken musste weil es trauriger ist wir treffen es trotzdem im Możdafer Außer wir wipen jetzt, ich will ja entstinken, der Hunter wird bestimmt nicht nach vorne kommen. Ist auch nicht in Heal Range. 1. 2. 2. 3. 4. 4. 11. muss der Gas mal weg in dem Auge Kopf so ein bisschen zur Seite wenn ihn geblatet das ist halt das Ding wenn die Ds failen dann macht das D nix aus solange sie nicht sterben ich muss die ganze Scheiße aber wegheilen vielleicht solltet ihr so langsamer wegkommen ja da bricht ihr gerade leider Zeit ich kann euch da nicht heilen so die letzten Blood Visages machen geht auf die Visages warum greifst du den Boss an ok weg ist noch ein bisschen massiv gelaufen ich glaube ich auch gleich für die die ich wissen warum was da gerade das Problem war ist nicht das allergeilste so äh ich hab nicht mal Tü oder sonst was geschrieben das war als Arschig das sowas tut man nicht ähm was da gerade das Problem war der Boss hat ne HP Leiste die von uns nicht angegriffen werden kann so wie bei mir HP ne dir unten Mana äh so man macht den kein Schaden auf die HP es kommen immer zwei Blut Ads eins davon tötet der also auf eins channellt der der freundliche Golem immer sein Cast das stirbt relativ schnell das andere läuft frei rum wenn das erste Tod ist channellt der Golem auch auf das zweite Ad sein Cast deswegen fingen viele Leute an der Meinung zu sein man muss den Boss gar nicht eingreifen sondern man muss nur die Ads machen so das ist Bullshit ja es sieht so aus dass der Boss seine Leiste fängt bei null an seine Energieleiste und je mehr Damage man ihn macht umso schneller wird die voll wenn die Leiste voll ist kommen die Blut Ads so wenn die Blut Ads sterben machen die dem Boss prozentual Schaden immer ein Sechse so ungefähr gibt 6 Ads heißt man will die ersten also man will die die 6 Ads so schnell haben wie es geht heißt man ballert den Boss durch weil der Golem kümmert sich eh um die kleinen Ads und während die Ads da sind kann man seine Leiste wieder füllen seine Energieleiste heißt einfach auf den Boss durchballern bis die letzten beiden Ads gespawnt sind also erster er tot, zweiter er tot, dritter er tot, vierter er tot Leiste wieder voll den nächsten 2 spawn Nummer 5 und Nummer 6 Nummer 5 und Nummer 6 hart fokussiert man weil das die letzten das letzte Drittel des Bosses von der HP down macht da müsst ihr nicht mehr auf den Boss drauf klatschen weil ihr macht eh kein Damage am Boss die Energieleiste wollt ihr nicht mal voll haben weil ihr wollt nur noch die Ads töten und es war halt grad fail der Kreis den er bekommt der Boss macht die ganze Zeit äh Abilities Putrid Blot The Unbound Abomination corrupts all players inflicting shadow damage every 4 seconds for 12 seconds das Effect stacks das Magic Effect kann ich runter nehmen mein Nature's Cure hat aber 8 Sekunden cooldown das Ding stackt höher hoch heißt ich kann immer nur 1-2 Leute dispellen und die anderen haben dann 3-4-5 Stacks dieser goldene Kreis der kommt und zwar Cleansing Light ähm Titan Keeper has rolled attempts to clean the player and their allies within 10 yards stream and putrid blood from them in addition the effect removes all vile explosion within 10 yards Vile Explosions sind diese Flächen auf dem Boden wo man ihn rauszieht man hat aber genug Platz in den Raum heißt man kann die komplett ignorieren und einfach nur die Leute damit cleansen wenn man dann 1 range hat kann ich halt 1 range dispellen ich selbst stehe beim Boss so alles is peace dass Leute damit rumlaufen und die den Boden cleansen wollen kompletter Bullshit könnt ihr sein lassen so äh Es was worst one Shockwave von dem Tank nicht in die Strums zu hauen daran wären wir fast gewiped ähm zum Schluss der Paladin und Co die nicht wussten was er fokussieren soll und ähnliches wer hat am meisten avoidable gefressen Powder Bandit das ist der Demon Hunter Keep out das ist der äh äh schwer zu sagen also äh den dritten Boss da hat sich auf jeden Fall der Tank nicht mit rum bekleckert letzter Boss hat sich auf jeden Fall der Paladin nicht mit rum bekleckert äh wer das zum Schluss gepullt hat ich weiß ich hab den Lootwurm gepullt weil die Leute irgendwie scheiße gebaut haben ich weiß nicht wer den hinten gepullt hat ähm ja keine Ahnung also ist einfach auch keine Komplett-Fail-Folge wir sind trotzdem plus 2 durchgekommen tut mir leid worst one würde ich jetzt einfach mal den Parler festlegen keine Ahnung es ist ist mh von daher ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen hoffe wir in der nächsten Folge jetzt ein bisschen rapider rum auf der Reihen bis bald Bye 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 View